Ich kann auch weg, Kampflinde, kann weg, kann weg. Ich verkaufe einfach gerade mal alles. Schlagring, Scharfschützengewehr, Sturmgewehr hat man glaube ich aufgerüstet gehabt, ne? Eins kann aber fort. Ne, kalibriert, Kammer, Stock. Mächtig, gebündelt, maximiert, Dönermesser, Gamma-Kanone. Aber wir brauchen einen Waffenschrank. Er trägt nicht viel zu viele was mit uns rum. Da liegt Rauchgranate, meine Kleidung, kann man mal noch gucken. Ist ja jetzt von dem Brauchmann, kann man das auch nur nehmen. Zehn Millimeter, ne, ist egal, annehmen, ja. Hau zu mir mein Scheiß los. Ja? Du siehst gefährlich aus. Wenn du Hilfe brauchst, kann ich mir dich mal ansehen. Nee, handeln. Ich könnte mal sehen. Äh, wir bräuchten Red Away, bräuchten Stimpaks. So, im Gegentzug bekommst du viel zu den Scheiß. Ich verkaufe es jetzt einfach. Brille mit schwarzem Gestell. Halt mal. Chemie-Einzug an Weltträger, viel zu, den Eleganderhut. Was hat, habe ich gerade was verkauft, als ich den verkaufen wollte? Ne, passt. Alles gut. Kapitänsmütze kann weg. Karohol, Laborbüttel. Oh, das war jetzt Minuteman-Zeug. Das wollte ich nicht verkaufen. Modische Brille kann aber weg. Das Kleid, das Zeug ist B, so, obere Kleidung kommt fort. Weil ich weiß, dass wir den Platz haben, einfach momentan von Tragetechnisch. So. Schlechter wie unseres. Auch schlechter. Äh, nee, lohnt sich nicht, lohnt sich nicht. So, was gibt's denn noch? Hilfsmittel, diverses. Mein Schrott, meine Mods. Meine Munition. Mein Inventar. Meine Munition zum Beispiel. Von 38er brauchen wir eigentlich gar nichts, ne? So. Können wir von der eigentlich noch Geld kriegen in den Haufen? Können wir noch was kaufen von der? Red X. Süßkuchen. Jet Mantis brauchen wir nicht. Okay, passt, nehmen wir so ein. Gut. Wie viel wiegen wir jetzt noch? Inventar war es. 859. Immer noch viel zu viel. Wenn wir noch ein Haufen Lebensmittel nehmen, die muss ich definitiv aussortieren. Da weiß man schon, wo ich die hin tue. Als erstes das. Schrott lagern. Dann tun wir jetzt kochen. Und dann das, was wir tragen. Oder immer mit uns haben. Dann machen wir mit. Das wird ja eingestampft. Herstellen. Braten. Rilder Red Hirsch. So. Meierlok Fleisch. Ich sehe kaum, dass wir bald noch ein Level abbiegen, nur durchs Kochen. Köterkeule ein paar. Lego an einem Stiel. Malwurstsappen. Rattenfleisch. D-d-d-d-d-d. Meierlok. Ich könnte mehr machen, aber... Äh, mehr von Meierlok Fleisch. Königinsteak. Oh, haba, 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 haba. Red Skorpion. Irgendwas. Todeskrallensteak. Ja, schön, dass man den Wegsamein erlegt. So, Suppe. Können wir nichts machen. Gut. Ja, verlassener. Bitte. Wir transferieren in die Küche. Hilfsmittel. Da kommt Bier rein. Da kommen, äh... Blamco and Cheese. Blutbad. Blutsteak. Baldmauer. Blutpakete. Nein. Blefliegenfleisch kommt rein. Bourbon kommt rein. Cram. Daddy. Eichhörnchen Topf. Eingelegtes Fleisch. Macht Red. Kommt weg. Eskalter Quint. Fancy Ladies Kuchen. Macht auch Red. Kommt weg. Flaschenkörbis. Fleisch und Bohnen. Gebackene Blefliege ist in Ordnung. Grill. Red Hirsch ist okay. Koch das. Äh, ist egal. Gemüse Suppe. Gummibonbons kommen weg. Gutehalten ist Insta-Püree. Kommt auch weg. Greenhead Brew. Lager. Bail. Hirnpilz. Hubblume. Insta-Püree. Chat kann man definitiv mal was ablegen. Äh. Wir brauchen eh nicht wirklich was. Wir brauchen einfach mal Mörf eigentlich. Karotten. Karotten-Bloom. Kartoffel-Chips. Klinkern. Spießköder-Käule. Das haben wir Lego an. So bekannt von mir aus weg. Ich glaube ich viel zu behalten. Mais-Kanfort. Mal wassappen. Behalten wir mal noch. Das kann weg. Mantel. Jetzt kann man ein paar ablegen. So. Malok Eye. Malok Möbelnett. Malok Kuhnistek. Mutantenköder-Käule. Mütterbeeren. Nudelschale. Sherry-Cola macht auch Red. Kann auch weg. Psycho-Kanau was weg. App. Äh. Red X. Ach du Scheiße. Why, 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 right away. Rip-Eye-Stake. Roboter-Reportur-Satz. Rum-Kanfort. Stealth-Boy. Stechflügel. Stechflügel-Fehle. Stimpax. Ach du Scheiße. Süßkuchen kann rein. Teerbäre. Todeskante. Zuckerbomben machen noch Red. So. Dann brauchen wir jetzt erstmal eine. Ich ähm. Lass mal da. Da haben wir was anderes drin. Und zwar eine Spezialstruktur. Möbel. Betten. Stühle. Behälter. Was für die Küche. Okay. 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 Und dann kommen wir jetzt Essen rein. Was wir nicht brauchen. Transfer. So. Kleidung. Bären-Mentals. Blutpflegen-Steaks. Blutwacki-Baldmob. Buff-Out kommt rein. Cramp kommt rein. Daytripper. Eichhörnchen am Stiel. Irilles. Chat kommt rein. Ich weiß ja, wie drüben auch drin ist. Wenn es mal kommt. Bums. Leuchtener Pilz. Behalten wir mal. Malwurst haben. Mantats. Malwurst. Eieromelette kommt rein. Aber beides kann man behalten vielleicht mal. Malwurst. Kuchen. Malwurst. Steak. Das Zeug. Nugelschalen. Psycho. Jet. Skorpion. RipEye. Zeig. Malwurst. Malwurst. Aber Rapportursatz. Das Zeug. Stimpact. Todeskrallen. Nein. Das bitte nicht. So. Jetzt muss ich durchgucken. Ich weiß, es ist gerade nervig ein bisschen. Aber das bleibt mir alles übrig. Waffen, habe ich gesagt. Brauchen wir noch was. Hä? Bist du doof? Danke. Behälter. Ist das nicht so eine Stahlkiste? Genau. Warte mal. Ich habe doch da schon was. Ich Idiot. Meine Waffen. Die kommt da rein. Brauche ich eh nicht. Fatman. Kettenklinge behalte ich. Das kommt rein. Lass mal. Reba 2 kommt rein. Dreh mich jetzt die Geherrschaft. Das kommt rein. Das kommt rein. Das. 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 Das auch. Versinken. Das Döner Messer. Das kommt rein. Komische Baseball Schläger. Kelloggs Pistole. Das kommt auch rein. Dann haben wir Raketenwaffen noch mit dabei. Dann fällt mir. Das ist okay. Meine Bekleidung. Dann brauchen wir kurz eine zweite Kiste für Munition. So eine kleine Süße daneben. Das ist auch jetzt die Frage. Das habe ich da rein. Dann kann ich Schießbier. Überall. Transfer. Kleidung, Hilfsmittel, Diverses, Munition. 3,8er brauchen wir. 10 mm brauchen wir gar nicht. Die kann weg. Elektromien. 5 mm brauchen wir nicht. Die braucht man nicht. Brennstoff brauchen wir. Die Fusionskante benötigen wir. Fusionszellen. Gamma Patronen meine ich nicht. Gleisbolzen. Kaliber 50 meine ich auch nicht. Kanonenkugeln nicht. Leuchtfackeln nicht. Ne, tut man bald mal. Plasma Kartusche kann weg. Raketen brauchen wir. Schrotpatronen brauchen wir. So, jetzt kommen wir kurz nach. Haben wir noch alles Munitionstechnische hier. Okay, ist ein Raketenwerfer. Dachgarten. Was schrocken? Ich hätte die Munition weggetan. Shit. Inventar. Waffen. Die 50er war das. Wups. Ein Fehler. Habe ich die blöde Weiße verkauft? Wüsste ich gern. Zeug ich dir gleich. Oh shit. Oh, die Fresse, Mann. So einfach ist das. Ich knall dir gleich ab. Suchst du nach einer Waffe? Zeig mal, was du so hast. Großartig. Die war... Hä, bin ich jetzt doof? 50er Munition. Was? Nix war's. Oh, Scheiße. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Andern. Ich schaue es mir an. Großartig. An wen habe ich das verkauft? Hey, es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Ist mir wahrscheinlich jetzt egal behandelt. Hey, bin ich doof? Habe es mir einfach gerade noch voll übersehe. Weil das ist natürlich jetzt ein bisschen assi. Die habe ich, aber die hier fehlt. Nee, neben dem Kinderzimmer. Shit. Habe ich die jetzt echt irgendwo... ...verhauert? Dass wir nicht verkauft, dass wir nicht irgendwo eingelagert. ...- ...- ähm... ...- ...- ...- ...- Fack. nein mann habe ich noch bei irgendjemand anderes was verkauft aber die vielleicht meine aber tschuldigung hast du eine rüstung ist das auch mal handeln wenn du eine waffe brauchst bist du hier genau richtig ja mann ich hasse es immer jetzt wenn man dich ordentlich jetzt fresse ich bin gerade gestresst das institut glaubt dass es uns mit seinen sinds klein halten kann den haben wir es ich möchtest du ein bisschen handeln ja jetzt irgendwo war ich hab's nicht vorbei gerade alles ja munition 38 die ist nett weil die habe ich gerade auch schon geguckt habe ich habe die munition hin? boah die schnauze ich will ja immer diese ewige quatsche das kann ich gar nicht leider muss doch irgendwo die munition hinhaben weil die haben es immer den ganzen scheiß eigentlich meine ich das spiel nicht neu da da zu viel zeit vergeht ach da Kaliber 50 da haben wir sie doch oh god voll übersehe okay alles in ordnung ganz ruhig okay okay speichern herzinfarkt so jetzt mal gucken wo es hingeht da unten war mein ursprünglich schütze bruderschaft das machen wir noch aber jetzt da braucht man wen anders schnauze gegen beach erb schnell reise würde ich habe nichts zum bringen hier ja vor allem schon heute gibt es döner ja döner ich habe noch punkt 50 guckt ich dachte eigentlich die munition habe ich safe nicht verkauft naja warte mal kurz noch ein bisschen aussehen die erste gelade hallo kabel wo fängst du an wo hörst du auf schreib dich mal auf räume hätte ich das heißt ja noch auf den scheiß zu machen haben wir gerne versuchen deine pissbirne aber okay im guten achten steht sie sind komplett arbeitsunfähig und für den markt nicht mehr zu gebrauchen abgelehnt dead logic man echt dead logic du bist zurück ja hast du dich schon um unser kleines problem gekümmert ich habe den laden gesäubert sollte jetzt sicher sein deine freunde können also kommen schön mal ausnahmsweise ein paar gute neuigkeiten zu hören übrigens wir haben beschlossen die minute mann zu unterstützen wir müssen uns gegenseitig helfen wenn sich die lage verbessern soll kann ich jetzt arbeiten auf einer farm zu arbeiten ist echt langweilig ach ja gibt schlimmer aus glaub mir so verschrotten 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 die meisten erst mal stehen aber das kann weg das kann weg geschütztürme 1 2 schon relativ größer real so naja gibt es noch einiges zum zerlegen das ist sehr gut möchte ein bisschen material liegen lassen zumindest so der träger kann weg das kann weg boah ich muss die tasten kombi ist echt noch umlegen schlimm weil man ja mit er recycelt und mit edis bestätigt beton stahl ja ja das ist gut da riemann nicht bergung raus ein bisschen aufräumen ich finde es geil, dass man sowas nicht wegräumen kann das ist echt traurig ne tote Möwe, ne streibholz ne tote Möwe mein Erbe schädigen bitte, dankeschön dankeschön oh da oben haben wir auch noch Schrott, sehr schön äh, geht das so? lol hab nämlich, äh, an der Seitentasche von meiner Maus äh, das mit Dings, ähm Enter drauf gerade wenn ich irgendwas am schneiden bin und anderes Zeug machen äh, traumhaft haha, nur den Container, da kann man nicht mehr damit werden, ist klar geht aber nicht ach man, äh warum bitte denn bitte? drei Leute, Wasser, drei äh, das müssen wir noch ändern kann man auch nicht entfernen so, äh, Ressource, Essen, äh, ja klar so äh, ja, verwerten, sowas gut, das brauchen wir, das können wir nicht abreißen, das wäre doof wenn und sonst, äh, sieht's hier drin eigentlich gut aus reden Sie weiter so können natürlich als jeder Siedlung ja eine kleine Burg machen, aber pfff ein bisschen Schutz vorbei ein bisschen Wände oder so weil hier vielleicht gar nicht verkehrt krieg ich das Schild wenigstens? danke so apropos Wände Medaill Wände äh äh ist ja Ne, äh, einlagern. Wie halbwegs normal aussieht. So, bisschen Schutz. Muss reichen. War mir nicht aufgestellt. Gut, okay, dann war's das für uns. Sind wir schon wieder fertig. Wobei die Seite recht offen ist. Egal. Äh, wohin jetzt? Können wir da laufen? Äh, finden die goldenen Grashöpfer? Äh, ja, kriegt man hin. Wir könnten auch rüberschwimmen. Ah, das ist, glaub, Luftschifte der Dingens. Wie heißen sie? Der, äh, Bruderschaft... Ja, jetzt schnauf doch nicht so, Kind. Guck, schon Zeit gespart. Zertal, ne? Flughafen Boston. Der Flughafen, was? Willst du wirklich mit einem Sünd durch das Hauptquartier der Bruderschaft spazieren? Nein, will ich nicht. Außerdem habe ich ja eine Polizerei-Wie entdeckt. Da kann man doch kurz vorbeischauen. Mit einem Sünd? Ja, das... Wenn ich dich hasse... Eigentlich genauso überlegt. Ja, doch, möchte ich. Doch, eigentlich schon. Einmal wieder durchlaufen, nur dass ich mich mal abknallen. Vielleicht haben wir ein paar Hirnwirkungen mit bei dir in Ordnung. Er läuft dem da einen Verschuss. Macht hier komische Sachen. Das ist wohl eigentlich nur ein Tragebot. Klaut meinen Loot. Ohne mich vorher zu fragen. Also, ich bin schon ziemlich enttäuscht, Nick. Es muss doch einen besseren Weg nach unten geben. Nö, in dem Fall nicht. Ich bin noch ziemlich rabiat. Was ist das? Hallo? Robocop-Vertriebszentrale. Äh, Robco. Robocop, ja, Buggi. Vielleicht haben wir ein paar Satzteile da für dich. Wird doch was. Aber so genau. Das machen wir dann nicht auch in der Session. Danke fürs Beiseite. Durchs Begleiten, durch die Apokalypse auf jeden Fall. Auch wenn ich manchmal ein bisschen komisch ist und sich manchmal verpackt. Ein Nick. Sorry. Räusper, Räusper, Räusper. Wir wollen den Wortfaden hier jetzt verlieren. Oder auch mal ein Nick Valentine einfach einen Schuss läuft. Naja, so ist das nun mal eben. Denn, äh, da geht auch mal was, äh, daneben. Hier. Im Fallout. Ich danke euch für jedenfalls, für's mit dabei sein. Lachen, Teile, Kommentieren, Abonnieren, bitte nicht vergessen. Wäre sehr lieb. Oder schreibt direkt was dazu. Gefällt euch was ein? Möchtet ihr was anderes haben? Also, vorab von, dass wir wohl hingehen oder irgendwelche Sachen können? Könnt ihr gerne das schreiben auch. Bis dahin. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.